dass er das machen kann verstehe ich nicht alter das wird wahrscheinlich noch gepächtiger das geht nicht das darf man nicht das ist verboten alter ich hab mich mal hier in dieser kiste dann kannst du dich da mal entlernen aber die beiden kisten die du jetzt gerade da wurde ich entladen eigentlich die wichtigsten kisten bei uns bei da das ganze zeug was wir schmelzen mit der schmelze reinkommen aber es völlig egal die gemacht ja ich glaube nicht dass du die kiste vorher gemacht hast für mich ist jetzt so viel eventan schon hat das vier stück was brauchst du noch fünf stück noch fünf sammeln letzten haben wir um ganzes dann können wir können wir bei den zweiten stock bauen ja ich bin vielleicht ein paar mal arbeit ich habe das mit dem zweiten stock geübt alter im solo wie wir den zweiten stock bauen und zwar bauen wir so eine fehler und auf dem fehlern bauen wir dann so ein dach und denn eine leiter hoch wenn wir wände bauen sind ist es voll scheiße dann sehen wir den high nicht mehr deswegen würde ich keine wände bauen eigentlich ja ich will ich einfach immer den heide ja wenn wir besser also viel material haben dann für metallsperre machen wollen wir aussichtsturm bauen oder so da kann er mit dem fernräumer sitzen und jetzt dann das müssen wir auch noch kaufen eigentlich war zum eigentlich trocken kaufen 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 ja okay kann man nicht sagen die reihe haben jetzt war jetzt nur noch vier stück dann haben wir alles fertig holz auf steine bekommen wieder kaputt und ich hab Durst Durst hier ist Wasser aber es braucht auch eine Tasse ne das ist also ganz oben in den Nahrung Wasser ganz das erste Prozent braucht nur Kunststoff vier stück vier stück vielleicht machen wir ihn nur gleich so eine Flasche so eine Trinkflasche so eine krasse wir brauchen eine zweite Essenskiste die wird langsam voll eine Kunststoff ist hier oder also kraften einfach drücken da müssen wir da links oben das erste dann die Tasse dann die Tasse dicker guck mal hier die Kiste die ich offen hab guck da mal rein da ist was für dich warum's geht's freut sich ja über die Katzen der freut sich über die Katzen hier Leute zeig mal im stream was wir hier schon rausgeholt haben aus dem Meer unsere Katze die steuert das Boot und unsere Ente da kommen unsere Kerzen Digga da kommen unsere Kerzen ach unsere Kerzen guck mal hier und hier haben wir unsere Kerzen die nicht leuchten warum auch immer die kann man auch nicht anzünden ich weiß auch nicht warum aber alles andere brennt hier auf dem Floß außer die Kerzen aber na gut du kannst den Hai töten wenn der tot ist dann ist er ein paar Sekunden nicht da ja dann kommt da kommt er wieder glaube ich Lukas ja willkommen zum live stream schön dass du da bist liebe hier aus wundert euch nicht über das Spendenziel rechts oben wir haben wollten Kai eigentlich das Spiel finanzieren ist er das schon da steht da und grillt ja ich musste es mir doch selber kaufen ja weißt du mir ich war schon in der Diska mhm bei mir ums Eck mit dem Daniel einkaufen hab meinen Pantak gegeben und wollte mir davon eine Trainer Steam Guthabe kaufen haben sie nicht hatten auch keinen PaySafe Garten ach geh ich also fahr mal wieder zurück zu mir weil neben mir eine Tanke ist geh ich an die Tanke guck rein alles Team Guthaben Karten weg bis auf zwar nichts und PaySafe Karten Gutscheine konnten sie nicht ausstellen das richtig blöd das ist richtig richtig doof also Schanier Schanier haben wir noch zwei ich baue jetzt erstmal wo ist der Hai alter ich bring den um also wenn der Hai den Maul aufmacht dann kannst du ihn töten eigentlich dann kriegst du keinen Schaden das heißt du musst nicht perfekt werden damit da ja genau oh hier ist ja ein Hai Kopf drin erzähl ein Stück wo ist der letztes meine Sammlung meine Sammlung da haben wir schon die Essen ja aber abends geht's Sammlung Kerl das ist recht geilo wo was macht man nicht mit dem Eimer kann man da wasser nehmen und dann in diese Filterungsanlage tun einmal ist schon ein Mist kann was man da machen kann ja ja das ist ein Rätsel für uns alle ähm kannst du hast du noch ich brauch Seile 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 ich bin am Croft ich ähm leider kann ich dir keine Seile abgeben wozu brauchst du ne zum Dingsten äh für die für die für die ähm Dings hier für die Netze ne für hallo hallo ich komm grad nicht drauf für die Kisten achso ich bin schon noch 1,2,3 Alter damit fertig deswegen sorry ne ja dein Ding jetzt hab ich schon wieder 4 Fische fangen Wenn du jetzt noch ein bisschen Seil reintust, also... Ich hab zwei Seil eingefahren. Okay, geil. Es reicht noch für noch eine Kiste. Mein Charakter ist aber in ganz schöner Gier halt, ne? Nur am Schlucken. Die Olle. Wie hell ist so, ne? Ähm, Juhelda, kannst es mir ja finanzieren. Lukas, wenn du mitspielen würdest auf dem PC, ja, dann finanzieren wir dir das. Wenn wir die 20 Euro haben, dann ballern wir dir die raus. Und das, obwohl es doch in der Großstadt alles gibt. Ja, okay. Also bei mir in Berlin, der kriegt alles. Aber, wie gesagt, manchmal will ich auch meinen Tabak mir holen oder so. Manchmal drehe ich mir auch kippen. Dann haben sie den Tabak nicht da oder so. Im Gegensatz zu Tjuerna wohne ich ja schon in der etwas größeren Stadt. Ja, wenn du in Bayern wohnst. Ich denke, du wohnst in Bayern. Rausschalten, ich glaube, ich habe nur das Gefühl, dass wir jetzt auf einer Hinsicht treffen werden. Bayern ist doch ein Dorf. Ich sage auch immer, ich wohne im Dorf, aber Janna müssen wir nicht glauben. Guck ich mal die Kokosnüsse an. Meine wunderschönen Kokosnüsse, Alter. Sehr lecker. Wir haben ja zwei Essenskisten, ja, Alter. Das ist ja richtig, Baba. Gut, ich argele weiter. Ich will dir noch eine Katze raus. So, wenn du dich abstechen, na, mein Gott. Völlig im Element, Alter. Völlig im Raft. Ihr kennt mein Egg nicht. Ja, vielleicht gibt es ja auch alles was für dich. Hab keinen PC, war nur ein Joke. Kannst mir eine PSN-Karte kaufen für R6. Nee, wir wollen auf jeden Fall hier einen Zuschauer, beziehungsweise glücklich machen mit dem Spiel, dass er hier mitspielen kann. Weil einen Platz haben wir noch. Zu viel kann man das Spiel spielen. Woh, Woh. Ja. Gib mir Spähe. Achso. Ich bin auf Kuh gekommen. Wacht, du. Der hat zu schwimmen gelernt. Sag einfach, wenn du brauchst. War nur Spaß. Mach alles gut, Lukas. Ja, E drücken, dann auf das Dritte, dann ist halt so ein Sperr. Mensch, warum war mal ein Messer 1 vs. 1 bei Wamos Siege um 10 Euro oder so, falls du Bock hast. Da mach ich auch mit der PS4 mit in der Wollste, ja. Fick ich trotzdem mal. Mess Light, Mann. Ja, wenn du auf der PS4, ja. Bastard, Alter. Ich muss doch kurz ins Wasser ansprechen. Effekt, um Wolle zu schneiden. Wozu gibt's schwimmende Schafe oder was? Nee, Schafe, stimmt, Alter. Wolle schneiden, wir haben noch nie ein Schaf gesehen. Das ist ein totaler Quatsch eigentlich, oder? Gib mir, gib mir, gib mir mehr von dem Schiff, der rumschmiert. Ey, du musst ja, Kai, du brauchst erstmal eine Flasche. Dann musst du hier nicht immer einzeln trinken. Dafür brauchst du viel so eine eigene... Ja, Baumenü ist, wie gesagt, Tab. Du musst schon mitgekriegst. Und du, ja, da... Ein Bett brauchen wir eigentlich noch für Kai. Ah ja. Er kann ja auf meinem schlafen. Keiner will. Einfach nur eine leere Flasche herstellen, ne? Meinst du, Kai? Ja. Alter, da kommen da viele Fässer. Dann füge ich mal eine Tasse hier rein und füge mal die Flasche. Ne, die Tasse würde ich trotzdem mit dem Inventar behalten, weil... Du, das Ding hier... Hey, 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 hey. Musst du das Ding dafür füttern. Digga, wenn ich jetzt schlaufe, dann kriege ich dann Wasser. Okay, nice. Ich hab... Wir haben... Viel zu viel nicht sein, Alter. Ich bin grad... Ich bin grad fast fertig noch. Deswegen hab ich das ganze Zeit verbraucht. Lass uns mal. Dann mach mal fertig. Wie macht man neues Süßwasser? Süßwasser ist immer in dieser Kiste. Ja, du nimmst hier diesen blauen Eimer... Diese blaue Tasse und gießt hier einfach Wasser rein. Weißt du, nimmst hier Wasser, gießt es hier rein. Das Wasser und gießt dann rein. Das ist einfach so süßes Wasser. Dafür... Deswegen... Und dann nimmst du hier die Flasche und füllst sie dir wieder rein. Und dann kannst du vier, fünfmal trinken. Okay. Ja, musst halt warten, bis sie verdunstet ist. Keiner hat meine Suppe essen! Keiner hat meine Suppe essen! Ich hab... Ich esse deine Suppe. Ja, die ist alle jetzt. Und dann hat er sich selber gegessen, Digga. Dann ess ich den Fisch, der da liegt. Ja, Esschen. Kannst du dreimal essen. Du siehst ja links seine Anzeige. Ja, kannst du essen, ja. Den ganzen Fisch kannst du dreimal abbeißen, sozusagen. Krass. Digga, wie viel fester noch kommen, ey? Was ist da los hier? So, Bauer, Digga. Da ist der Monster-Loot drin. Oh, ich bin mir da runtergefallen. Wir machen mal eine Zeige. Wer weiß, dass ich jetzt am Start bin. Das will mich reich belohnen. Ah! Hilfe! Ah! Alter, der hat mich zweimal... Hat er mich... Alter! Der ist hungrig, ey. Das hat nichts zu messen. Der Arme. Der High One kann mal runterkommen. Der High One, Alter. Sehr gut. Ich glaube, ich habe jetzt... Ich bin fertig. Nice, Alter. Finally. Digga, fehlen noch 10. Achso. Okay, das war... Guck dir das an. Ja, das war wirklich eine Monster-Aufgabe, Alter. Jetzt gebe ich wieder ganzes Holz und alter zurück. Oh, schon wie viel Holz wir haben, Alter. Das ist richtig gut. Wir können ihn wirklich langsam irgendwo anhalten, weil wir haben genug Fisch. Was haben wir genug? Wir können wirklich unsere Insel bauen, äh, Insel holen und die abbluten. Ich brauche keinen noch so einen richtigen Haken. Was hast du denn so einen richtigen? Habe ich nur einen halbrichtigen? Ja, total. Ja, du hast so einen halbrichtigen, ja. Metall haben wir hier noch. Frech. Ja, okay. Metall loot ich hier wie blöde. Ich parliere ein bisschen, vielleicht kommen wir ja, treffen wir auf Festland. Ja, wir brauchen, äh, irgendwas zum, äh, kamen, so. Ja, gut. Jo, das brauchst du. Das brauchst du. Das brauchst du. Das brauchst du. Ja, wir brauch ein Fernglas. Aber dafür brauchen wir einen Bolzen. Haben wir einen Bolzen? Chris? Bolzen? Ja, klar, kann sie aus Eisen machen. Eisen haben wir ja noch da. Soll ich hier noch eine Reihe machen, Chris? Weil hier, das ist die einzige, wo wir nicht zwei Reihe haben, hinten. Jaja. Okay, dann mach das auch schon schnell mal. Okay, I'm coming home. I'm coming home. Coming home, tell the world I'm coming home. Und jetzt brauchen wir noch den zweiten Stock gegangen. In der Finale fertig. Was hau dich. Kai braucht nur einen Stock. Oder wem Kai erstmal eine Angel, wollen wir Kai erstmal eine Angel eben dir? Ich hab einen Stock, dann werde ich dann abstechen. Ich bin Kai erstmal im Angeln, weil ich es sich nützlich machen. Und zwei Kartoffeln. Und zwei Kartoffeln. Gut. Oh, jetzt check ich euer Lagesystem. Hier ist das eine. Hier ist das eine. Ja, ich bin da, ich bin da sehr anfällig, ja. Ich hab schon, bei Minecraft habe ich alle den einzelnen Kisten gepackt. Alter. Ja, ich glaub besser so. Ich, 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 ich. Ich mach besser. Ja, wir können mal bauen. Du kannst ja mal versuchen, eine Reihe mit diesen Metalldingern zu bauen. Oh Gott, wir brauchen mal Glück. Ja, wir können Metallfloß bauen, dann kann der Hai nicht so schnell die Dinger kaputt machen. Also die Holzlinge, wo wir draufstehen, die können wir auch aus Metall machen. Okay. Irgendwie, ich weiß auch nicht ganz genau, wie es gehen soll, aber... Ohlala. Vielleicht für den zweiten Stock, da müssen wir noch mal Dings machen. Weii, weii. Weii. Holzeuun, genau. Wir brauchen Holzeuun. Wir benutzen bitte schön. Guck mal, das ist doch voll die Verschwendung, Alter. Guck dir mal das Bett an. Wer benutzt so'n riesen Kanister als Schlafkissen? Ne, wir haben doch hier noch so'ne Kiste. Da könnte man, da könnte man perfekt Wasser rein finden. Ja, wir haben da auch, ja, wir haben aber 40 so, 40 mal so'n Kunststoffzeug. Alter, guck mal, was das angeschoben wird, Alter. Ui. Hai, 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 Angriff, hai, Angriff, hai, Angriff. Mein Mams geht's. Hi, Juan, ich will ihn abstechen. Mein Mams geht's. Los, hol ihn hier. Mann, Momo. Oh, ich stich dich ab. Ich stich dich ab. Ich stich dich ab. Ey, wir haben jetzt 15 Buntbarsche, 3 große Wälze, 8 Makrelen, 5 Seebarsche und 5 rohe Lachse. Leute. Also, verhungern werden wir erstmal nicht. Ey, doch, wir verhungern. Warte mal. Weiter. Angeln. Gehen wir weiter an in Sachsen? Ja, ja, ja. Oh, ich hab keine Durst. Ja, ich hab Durst. Ja, ich hab Durst. Ich hab Durst. Ha, du Opferst Durst. Schau, wie viele Kisten kommen, Alter. Wie sammeln die doch so oder so ein? Du musst doch gar nichts mehr einsammeln, Digi. Achso, ja, lol. Kann man das hier benutzen? Was denn? Was machst du nen Daumenkühl? Die benutzt man das. Du nimmst hier hier Rohzeug raus. Was hab hier Schrott? Nee, Schrott geht nicht. Dann musst du hier Metall-Erz reinmachen. Metall-Erz. Schrott kommt in die linke Kiste hier. Schrott ist, ist Zeug, weil man nicht mehr, äh, sozusagen schmelzen muss. Kann man das nicht verwenden? Doch, kannst du aus, kannst du Nägel und alles machen. Das sind sehr wichtig. Ich sprich mal kurz das Wasser und hol mal die Kiste da hinten. Der Fisch, der auf dem Grill ist, ist meiner, Leute. Ja, also. Boah, gibt's auch, gibt's auch hier Nagelpistole? Ja, ja. Ja. Echt jetzt? Nee. Oh, Mann. Nimmst du mit der Nagelpistole, willst du den Reihe abschießen dann? Natürlich. Ich hör noch, äh, aus Nägeln und ein bisschen Kunststoff, dann ey, komm ich hier was genau da. Ja, das ist ja geil. Hä, 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 hä. Kann den Erscheliteskinder auffallen? Baba. So. Richtig gut, Leute. Es läuft, läuft, läuft. Ah, ich sah mir den Scheiß nicht mehr auf, ist heute alles aufgefangen und es richtig gut gemacht. Ich muss jetzt trotzdem mal kurz in den Stream schauen, guck mich mal bitte an. Was soll ich noch schnell anbringen? Hä, das ist ein Mädchen? Warte, warte, schau, 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 wie das aussieht. Ja, du hast Brüste, guck mal. was da brüste denn wer bist du ein sehr dicker junge oder lust hat mich schon mein fischer schon immer fisch an was wie eine kalt aber war nämlich an guckte fisch das ist bescheuert alter so was mit dem säge hier und verletten nicht mehr erwarten segel hochgezogen ich aber ich will aber ich will die insel finden ja das zufällig lassen auch drehen nach den stadt im moment habe ich noch ein ja kann ich mir einen metallsperr machen mit einem metallsperr seile holzen auch meine schweiß geputzt nicht da ja komm her hier in der Kiste ist ein Sperr drinnen ja in der linken der linken ist ein Metall-Sperr drinnen Digi kannst du dir gönnen auf Ehre auf ihren Basis ich hab an Kiste wieder runterspringen weil es gibt jetzt Wernweg und ich werde safe verloren gehen nein lass das doch mal du musst doch nicht mal den Hai angreifen Kai weißt du was ich bin an meinem Fall gegangen das ist einfach ins Wasser schon war so lost dann am nächsten so gefühlt fünf Minuten später dann bin ich nochmal losgegangen dann haben wir gewartet, das war gut dann haben wir gewartet, gewartet, gewartet ach Anker, wir müssen Anker noch machen, stimmt ja, 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 aber so einen den man nicht kaputt machen kann genau brauchen wir dafür Planken Metall und Scharnier dann brauchen wir noch Seile, also sonst haben wir alles Seile, Seile, Seile Stech die Auge aus ok geil, perfekt, perfekt, sechs Seile reichen ich hab zehn Stück hab ich hab ich hergestellt ich geb ihr ne Kiste, hier bitte schon ne, ich hab's schon hergestellt ne, ich steck's dir die Auge aus wann wir, wann wir's what komm her Hai, ich pierce die Lückenflosse wir müssen hier warte alter was denn los geht den könnt's dich bauen das muss noch größer sein, ne ja, noch mal größer ne, mach mal hier ein Loch mach mal hier ein Loch ja, genau warte, 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 ich bin im Stream gerade wo willst du's äh, hier hier geh mal drauf auf was ich kaputt mach sonst steig drauf hier sit ok was soll das denn was soll das denn was soll das denn was soll das denn alter Schwede man ei ei Captain alter hu ups, das war das falsche schmeiß mal den Anker alter ist das geil, warte Anker lichten hu oh my god hab ich jetzt das Schocken vor den scheinen Teil, alter kommt auf einmal und sagt hallo, alter ey, wir brauchen, wir brauchen einen Zaun, alter Haiangriff, Haiangriff jetzt bin ich am Start, wo ist der nein, ich hab schon wieder erstmal eine Sperre gemacht oh, mit dem, mit dem, mit dem mit dem Taschbär nur zwei Schläge genügen, diga äh, ich brauch mehr Seile, alter hast du nicht Seile irgendwo angepackt? oh geil doch doch, hier 10 Stück hab ich, hab ich guck mal hier, Leute können wir nicht mehr reinfallen Baba Geil, oder? ja, dann gehts immer noch schnell segel ich dann sind wir weg hier ohne Mams gehts oh oh wo ist der, hä? hallo, hi ja, ich seh, ich seh, ich freu dich ein bisschen, was ihr mit hallo, hi ich hab den oh, ich, ich werd sterben, oder? komm schnell wo seid ihr? wir fahren weg wo seid ihr? komm hoch jetzt hier ich angel dich, alter oh, ist das geil, alter wir haben, oh man, der Anker ist ja der Hammer, alter ich war Hunger, alter ich find ihn richtig geil gemacht das ist ja so groß ich sollte ja auch auf mein Essen so Scheiß machen ja, du stirbst relativ schnell wenn du stirbst, muss man deine Leiche ins Bett tragen dann gerenderierst du außer du machst deinen Wii Start also du kannst doch selber drücken ja, ich möchte jetzt dann verlierst du aber alles, was du im Inventar hast, ja musst du vorsichtig sein das ist natürlich kacke hier vorne ist die Fischkiste, ja, Leute? und die hintere Kiste ist für die ganzen anderen hohen Scheiß ich mach mir zu kass Baba, oder? wie viel? Manga du frisst hier Rüben, alter, halt bei der Woche Fundamentrüstung, alter nicht dein Ernst nicht dein Ernst warte mal alter guck mal hier alter, das ist der Baba warte, wir machen das hier bei unseren Kisten die wichtig sind ihr seht es im Stream, Digga nice guck mal, Metall öh, wir können, wir können, wir müssen die ja nicht abreißen wir können die so verstärken, alter das ist ja der Wahnsinn, man oh, ist das geil, Digga das kostet aber übelst viel Metall das ist schon krass, also ist wirklich krass Verschwendung, wenn wir da mehrere Kisten voll haben, dann können wir das gerne mal machen, aber so, alter, ich hab glaube ich jetzt sechs Metall dafür rausgehauen für da die bis auf andere die 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 Untertitelung des ZDF, 2020